Willkommen. Ah, guten Tag mit dir. Ich muss nach Elysium. Wer immer das besitzt, hat die Macht, ihr ganzes System zu überschreiben. Du kannst alle retten. Wir wollen in den am schärfsten bewachten Ort des ganzen Universums einbrechen? Oh ja. Dafür werden sie dich bis ans Ende der Welt jagen. Wir wollen in den nächsten Mal. Wir wollen in den nächsten Mal. Vielen Dank.